Der Flussseite ausfüllen und mal alles sehen und am Ende bei der Totale, also Anfangsszene, in einem Park in der Totale, von der Gegenseite ausfüllen, dass wir dann so zum Schluss Paul sehen, wie er sein Zelt fertig hat und am Schluss. Ich bin gelöscht. Ah, eine Idiote. Und bitte. Super, danke sehr. Wunderbar. Ja, und jetzt nochmal kurz hier oben schuldern, dass sie das Foto von dem Fluss zeigen. Das ist alles bloß, weil du gesagt hast, wir wollen richtig blöd aussehen, ne? Ich sagte, das wird ein Gag. Ja. Ach so, ich dachte, flitscht. Das Ding ist riesig. Da ist es drin. Der Mann hat so weit geworfen. Guckt ihn euch an. Okay, Kamera läuft noch? Theo? Dann mach einfach. Oder hast du schon mal ausgedrückt? Dann mach ich mal. Okay. Und bitte. Okay, also. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. Nochmal mit den Armen. Links, rechts. Genau. Okay, super.